Ja, aber den Start ist ja nicht schlecht, ne? Ich bin jetzt mittlerweile schon wieder neutral. Na, jetzt nicht mehr. Ja, weil ich gejoint bin. Scheiße. Egal, auf Metro muss das doch eigentlich sein. Aber da vorne kriegt man ja die 100 Punkte für die Double-Leben. Und da ist mein Kip. Und da ist noch einer. Und noch einer. Da standen sie gerade schon mit ihren Low-HP-Kacke da. Ja, Schrotflinte-Kopf. Ja, Moment. Dankeschön. Hau sie weg. Was? Der hat immer noch 40 HP. Okay. Ja, okay, jetzt ist er weg. Aber das war der falsche Knopf, Falk. Belebst du mich wieder? Ich war gut, aber ich konnte nicht. Okay. Und schon wieder tot. Ja, leider. Aber lass da gleich mal zu zweit irgendwie um die Ecke und dann hauen wir sie weg einfach gleichzeitig. Wenn wir dann beide auf die schießen. Aber wir müssen da um die Ecke durchbrechen. Dass wir vorne irgendwie ihren Eingang besser. Ach, bist du da? Ja. Warte, ich belebe den erst wieder. Okay, dann los. Einfach. Scheiß auf runterzählen. Da unten ist er. Weg. Okay, ist ja ziemlich leer im Moment. Aber die kommen gleich. Ja, noch. Ja. Soll mal einer in die Granate rennen? Manu, ey. Ich lege mich immer hin. Jetzt wird wieder gemörsert. Von links. Junge. Warte, ich hole dich. Wo kam der denn her? Das dachte ich mir auch gerade erst. Aber ich habe es nur überlebt. Und immer noch. Aber es wird knapp. Nein. Was war das denn eben? Ja, ich bin noch da. Guck mal, Junge. Das Quatsch schon hier in Verlager. Die joinen uns auch nach. Das ist schön. Ah. Befördert. Ha! Ah, einen weggeholt. Und der andere hat mich weggemörser. Die stehen da unten um. Gucken genau auf den Eingang halt drauf. Guck mal, der Erste belebt zum Beispiel nicht wieder. Ich komme jetzt mal nicht runter. Der Erste hat zum Beispiel belebt nicht wieder. Der hat so 40 Kills einfach gemacht. Hilft natürlich auch auf Metro. Ich habe immer noch keinen mit meiner M67 gekillt. Ja, scheiße, der wirft Sachen hier rein. Oh, ich habe voll viele Granaten gekillt schon. Mindestens zwei. Ja, ich leider hier in dieser Runde noch nicht. Vielleicht bei RGO besser, weil bei RGO kann man nicht so ausweichen, weil die halt sofort explodiert. Weg. Weg. Jawohl, das war schön. Jetzt am besten nicht direkt wieder sterben, sondern gleich vielleicht nochmal zwei Kills machen. Um die Stats so ein bisschen zu retten. Das wäre jetzt wahrscheinlich dumm. Komm, überlebe. Jawohl. Sehr schön. Erstmal wieder. Was? Ach, Airbürste um die Ecke. Danke. Aber die hören ja nicht auf mit den Airbürsten. Ich finde, Airbürste ist so eine richtige Loopwaffe irgendwie. Ich meine, ich muss ja sagen, ich mache ja selber sehr gerne RPG on Infantry. Also, das macht ja schon Spaß so ein bisschen. Aber wenn man selber halt davon gekillt wird, ist schon ein bisschen dumm. Ja, bei uns ist einer aus der Community auch, der ist auch übelst RPG vs. Infantry Fan. Also aus meiner Community, wo ich bin. Und das ist auch immer, wenn er in seiner Runde keinen mindestens, nicht mindestens fünf RPG vs. Infantry Kills macht, dann ist er auch traurig. Lol. Scheiße. AWS. Er macht gerade alle weg da. Diese Eidolon. Kennt ihn doch mal wer. Oh, wiederbelebt. Geil, danke. Oh, ich bin fast erster. Drei Punkte fehlen mir. Okay, jetzt 13. Erstmal im Chat antworten. Ja, da sieht man mal, dass sich Teamspiel wieder lohnt, ne? Ist einfach so. So, ich komme mal wieder zu dir. Ich bin gerade falsch gejoint. Und hol dich. Wo sind denn die? Sind die da schon durchgebrochen? Ja, fast, ne? Ja, der ist jetzt erstmal weg da. Kommt noch einer. Scheiße. Muss wiederbeleben. Äh, ich meine nachladen. Und Granate. Aber die nimmt mich nicht mit. Noch nicht. Der hat um die Ecke geguckt gerade. Hau ne weg da vorne. Hau ne weg. Nicht sterben. Was? Kommt der mit der AWS um die Ecke? Scheiße. Aber guck mal, der, äh, Check-Off da. Warte. Das ist halt das Dohle. Ha. Ja, ist halt wirklich schade. Man selber belebt so oft wieder, ne? Und wenn man dann stirbt, die anderen nicht. Und das versaut einem persönlich dann auch immer so ein bisschen die Stutten natürlich. Ich meine, man muss ja auch nicht so reinrennen. Aber wenn man dann fürs Wiederbeleben sich opfert. Oh, hier ist auch mal die Cheater-Position. Gut drauf, guck. Da war schon einer. Hä. Ja, kann ja mal passieren. Aber jetzt brechen die hier gerade durch. Von der Rolltreppe und von hier. Moment. Moment. Ja, jetzt hab ich dich. Hier liegen wieder vier auf einem Fleck. Nein, jetzt bin ich tot, Murdoch. Ich bin erster. So. Hä, was ist denn jetzt hier los? Okay, ich hab einen Bug oder sowas. Warum? Ich stand da eben mit null Leben, null HP, ohne Waffe, ohne alles. Aber konnte da rumlaufen. Auch gut. Schön Defense-Punkte. Das ist jetzt wirklich wichtig. Nein! Wie wenig Schaden macht die denn? Die hat 51 HP. Äh. Der Gegner eben noch. Oh, Mann. Naja, aber das werden die wohl nicht mehr drehen. Würde ich einfach mal jetzt so behaupten. Spontan aus dem Handgelenk. Was ist denn los hier gerade, Alter? Mein Team. Team Speed kackt gerade ein bisschen ab. Es ist Consus Kill, ja immerhin. Hab ich auch ganz schön lange niedergehalten. Hä? Immer noch ein Kill mitgenommen. 24-20 geht ja noch. Und schnell weg. Jawohl, wiederbleib. Dankeschön. Und jetzt die nächsten hier abstorben. Da hinten sitzt er und hat mich auch gesehen. War sogar noch ein anderer mit seiner Sniper. Ich würde sagen, nach der Runde suchen wir uns einen anderen Server, oder? Da wäre ich für was anderes, wenn du noch Lust hast. Wo bist du? Ach, da. Warte, bleib. Okay. Äh, ja. Können wir gleich machen. Aber ich muss erst vorher nochmal mal gucken, was mein Team Speed los ist, weil irgendwie verarscht es mich gerade. Okay. Und du musstest ein Update runterladen, oder was? Also ich nicht. Ja, und jetzt ist... Ja, aber das war nur ein Team Speed auf jeden Fall alles. Okay. Ne, weil ich hatte keins, deswegen. Ich kriege so nebenbei noch schöne Healing-Punkte. Ja, ich habe die Hälfte der Kills vom ersten, ja, und bin vor ihm. Also Leute, Team Spiele, ihr seht, es hilft. Ihr kriegt mehr Punkte. Scheißt auf die KD. Max hat das doch schon gesagt. Ah, da habe ich die Markierung gesehen, aber ich hatte noch D4 in der Hand. Scheiße. Boah, jetzt haben sie richtig Flashbangs hier geworfen. Hm, war ein bisschen scheiße. Er war zwar trotzdem markiert, ich hätte schießen können, aber ich hatte halt einen D4 in der Hand und so, und naja. Unglückliche Umstände, würde ich das mal nennen. So, ich gehe jetzt aber wieder zur schönen Rolltreppe und gucke da mal. Ja, ich spaw mal wieder. Naja, die snipern da voll so das... Ja, wiederbleiben, danke. Nichts Überleben. Jawohl, sehr schön. Und Wiederbeleben. Nein, nein, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen im Fahrstuhl. Scheiße. Im Fahrstuhl 2. Komm aber nicht raus. Ne, fahren wieder runter. Scheiße. Ich habe sie noch gesehen. So, ich journey nach. Jetzt aber, wenn der Fahrstuhl hochkommt, sind die weg. So, der rechte soll hochkommen. Da waren die eben drin. Schießt du auf mich? Nein. Auf keinen Fall. So, komm, geh auf. Geh auf, geh auf. Jawohl. Hast du meine Granate gesehen? Ja, es ist count to skill. Ich fahre jetzt runter. Viel Glück. Mit so einem anderen. Ja, danke. Wir werden es wahrscheinlich nicht so gut überleben. Ich bin drin. Ich bin, ich lebe. Wenn du tot bist, dann nach. Ich will eigentlich nicht auf mich aufmerksam machen. Ich könnte, die wissen, dass wir hier sind. Da. Und da. Oh, geh auf keinen Fall raus. Da auch einer. Leute, das war ein Noob. Der hat mich ja schon zigtausend Mal angeschossen. Da habe ich ihn drin. Nein. Oh, da waren sie jetzt. Aber positiv. 29, 24. Es hat sich gelohnt. Sehr schön. Na, das ist neu. So, schnell danach joinen. Dann kann ich dich nämlich wiederbeleben. Immer schön die 100 Punkte holen. Ich meine, man kann ja auch wiederbeleben und kriegt nur 20 Punkte. Gut, das ist dann gut für den Wiederbelebten. Ach, scheiße. Und ich renne wieder rein. Sechste Mal. Hast du auf den Chat auch schön geachtet? Ja. Antworte gerade. Äh, 16. Darf man. Qualität muss. Stimmen. Habe ich nicht abgesendet? Passt du. Ja, okay. Weil ich sehe meine eigene nicht. Also. Du hast es geschickt. Ich habe es gesehen. Okay, sehr gut. Den können wir auch noch wiederbeleben. Ja, weil auch zur Info, falls ihr euch vielleicht anmelden möchtet. Ihr müsst mindestens 16 Jahre alt sein. Da gibt es so ein Jugendfreischutzgesetz. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Dass man das auch darf. Und wir haben gewonnen. Yes. Sehr schön. Ging ja doch ein bisschen. Und. Ja, das sind quasi schon die einzigen Kriterien. Qualität muss stimmen. Ich glaube. Ihr braucht theoretisch noch nicht mal eine Mindestgröße. Wenn die Qualität halt stimmt. Potenzial muss da sein. Das ist halt das Wichtige. Ich gucke mir jetzt noch meine ersten Punkte an. 2.000 freigeschaltet. Okay. So. 5.000 Service da. 10.000 Service da. Nächstes Level. 53 jetzt. Und die Ribbons bei Metro rattern immer so schön durch. Das hört nicht auf. Ich habe 21.000. Okay. Ich habe 44.300. Alles klar. Damit vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.